Musik Willkommen im Jahr 2017. Pünktlich um Mitternacht begrüßten zahlreiche Rostocker in der Hansestadt das neue Jahr. Der Himmel wurde minutenlang vom bunten Feuerwerk erhält. Allerdings mischte sich dann, nur wenige Minuten nach Mitternacht, das Blaulicht unter die vielen Raketen und Böller. Die Feuerwehren der Stadt mussten zu zahlreichen Mülltonnen, Container und einem Balkonbrand ausrücken. In der Kröpeliner Torvorstadt geriet zudem ein Auto in Brand, vermutlich durch eine fehlgeleitete Silvesterrakete verursacht. Durch das schnelle Eingreifen der freiwilligen Feuerwehrstadtmitte konnte Schlimmeres allerdings verhindert werden. Der Brand mit dem wohl größten Schaden in der Silvesternacht ereignete sich in Vorderbolhagen bei Heiligendamm. Am frühen Neujahrstag geriet hier ein Carport in Brand, in diesem befanden sich zwei Traktoren. Obwohl die Feuerwehr schnell vor Ort war, konnte sie nicht verhindern, dass der gesamte Unterstand mitsamt den Treckern verbrannte. Ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Wohnhaus konnte allerdings unterbunden werden. Auch für die Polizei gab es viel zu tun, so mussten die Beamten diverse Male zu Prügeleien und Streitigkeiten ausrücken. Ernsthaft verletzt wurde hierbei aber niemand. Alles in allem kann eine überwiegend positive Bilanz aus der Silvesternacht gezogen werden.